los geht's viel spaß nicht vergessen alles klar starten von records aus mit liss und co ich sammle hier mal wieder Handtücher auf Handtücher aufsammeltasks bin wieder der Putze Handtücher Handtücher ok da werden wir eingesperrt habe ich in der Dusche noch eine Task nein sieht nicht so aus dann würde ich mal sagen zu Elektrik mit mir es hat schon viel Lassort gemacht bevor ich überhaupt gezogen habe sehr schön was macht Wolf dort Rutsch oh die Task hatte ich auch noch nicht verdammt habe ich mich erschreckt dieser Sound aha ok das muss man in bestimmten Reihenfolge machen verdammt jetzt nicht killen nicht killen ich kriege bei dieser Aufgabe ok zu werden das blöd bitte nicht so hier das die 5 ok das müssen wir als fünftes oder das müssen wir als viertes als sechstes als siebtes was will diese Aufgabe als viertes ein sechstes ok ja aber wo ist die 1 maxi mal verwirrt das ist die 3 das ist die 4 das ist die 5 ok jetzt fängt man jetzt 3 an das ist die 6 das ist die 7 Task complete die ganze Zeit in den Hektrikkel rum und verstehe die Task nicht ok die Impostor trauen sich nicht zu killen scheinbar ich habe gerade den Ausblick genossen an dem Steg unter Security schneller Disclaimer ich habe gerade den Clip gesehen ich habe gerade den Arten gelacht ok man kann verstehen wieso er gedacht hat ähm trauen sich die Impostor nicht zu killen oder was ist hier los das ist einfach die Runde Liz habe ich zuletzt mit Red vor einiger Zeit beim Duschen gesehen wir haben alle zu Red geduscht das ist aber schon lange her die Runde hat jetzt auch eine halbe Stunde gedauert das ist der letzte wo ich Liz gesehen habe ich bin gerade aus dem Meeting Room runter an der Tür stehe ich im Gap Room habe ich aber auch Liz zuletzt gesehen ich bin jetzt in der Kitchen und mache gerade meinen Burger die Aussage von Thoram kann ich aber bestätigen dass er gerade an der Tür steht weil ich stehe auf der anderen Seite ich habe gesehen dass da jemand kommt ich war gerade beim K2 deswegen Mary hast du jemanden gesehen? nö ich kämpfe immer mit den Karten an den Türen und was machst du jetzt gerade? ich bin da gerade in Security und mache diese Bandaufgabe da wo die Zeit steht 14 ne 5 ich weiß du brauchst das nicht erklären ich sehe dich ja aber warum hast du da nichts gesehen? also quasi weil ich dieses diese Map zum ersten Mal überhaupt spiele und mich erst reinfuchsen muss oh ja gut ich kenne diese Map überhaupt das ist schlecht aber laut der Beschreibung liegt Liz dann genau unter Mary okay yes okay da ist die Frage ab wann kriegt man den Report Button ja auch keine Ahnung wenn du nur die Tür gehst du zumindest die Leiche schon wir müssen nicht irgendein Wunder erst gestalten aber es gibt einen Report Button in 10 Sekunden wer für Skip ich war die ganze Zeit in Electric Kilo das ist natürlich ein bisschen Fass so machen wir mal meine Tasks machen wir unsere Tasks weiter und schau was habe ich noch eine Task bekommen Hi Mary Mary ist jetzt wirklich schön die Tür ist doch schon offen Hi Mary Na komm Kabel verbinden ich muss da irgendwie rüber okay das geht so nicht ich muss den Umweg nehmen ich muss hoch zum Meeting Room ein Umweg okay geht es nicht lang meine Frass ist das langer Weg hier hoch mit mir das Licht geht aus oh nein da habe ich noch eine andere Task würde gerade sagen wegen der einen Task bin ich jetzt hier hoch gegangen 1 3 6 7 2 sehr schön runter hier und rüber hier so in der Lounge habe ich jetzt noch einiges Tür öffnen wer hat sich das denn ausgedacht Cardswipe Task an der Tür zu verwenden um die Tür zu öffnen das ist doch Komplett Komplett Pumpeln äh ich bin jetzt der Klempner sehr schöne Sounds Task Complete Klo sauber gemacht könnte wieder scheißen gehen hier habe ich noch eine Task Download Task die gute alte Download Task man würde sie vermissen eine Task die man nicht vermisst ist die hier die Simon Says da bin ich froh dass die das jetzt nicht mit reingenommen haben es wäre schlimm gewesen ich muss jetzt runter zum Viewing Deck ist ein langer Weg das kriegen wir schnell hin müsste ohne dabei gekillt zu werden ah shit gerade den Red bei Security gewonnen aha ich war gerade mit irgendjemandem im im Rumpf des Schiffes dort beim Cargo Bay heißt das dort ja da hast du das Licht gefixt ja kurz bevor ich hingekommen bin ich war hinten beim Tresor hab den Tresor gemacht hab das Licht wieder angemacht ui der Alex ist ja auch tot hat einer von euch den Alex zuletzt gesehen Alex habe ich zuletzt in Records gesehen aber das ist auch schon länger her der Kirk weil Alex kann tatsächlich gar nicht so alt sein den habe ich gerade eben erst noch gesehen im Brick oben ok ich hatte nämlich die ganze Zeit Angst vor ihm bin die ganze Zeit weggelaufen ach wo Alex musste keine Angst haben der will nur spielen ja hab ich gemerkt aber was heißt denn eben habe ich dich nicht unten eben gerade noch angeizt genau und kurz davor bin ich mit Alex oben gewesen ja das ist aber auch schon 10-15 Sekunden her ja max 10 Sekunden die Runden sind heute irgendwie besonders lang ja vielleicht auch weil die Map sehr sehr riesig ist und dem Post das sich nicht trauen zu killen das könnte auch sein jetzt habe ich die Impostors gereizt jetzt bin ich das nächste Mal dran vielleicht alle tot also ich habe keine Infos gesagt ich habe nur die Leiche gefunden aber ich habe sonst keine Infos ich habe die ganze Runde eigentlich keinen wirklich gesehen den letzten den ich gesehen habe war Wolf als er mit mir die Lights fixen wollte aber wo liegt die Leiche nochmal Wolf? Security aber ich war ja da dann bin ich weggegangen aber das war schon länger her sehr lange ja was machen wir jetzt wir haben keine Infos ich bin fürs Gewinne es gibt die Bambuda es gibt die Bambuda es gibt die Bambuda es gibt die Bambuda äh Kitchen wollte ich ja da sind wir nah dran in den letzten Tasks ich will hier WLAN finden Internetverbindung ne wo ist sie perfekt geht auch mit gut dauert bloß länger so hier oben beim Kitchen ist noch eine Task Möhres bringen sehr schön vielleicht bin ich diesmal Survivor und lebe das ganze mal in die Vault muss ich uns im Meeting in die Vault in die Vault die Tür ist zu noch mal einer wieder das Licht an so düster hier so war ich hier meine Task hier Klammutter anziehen der Kollege hier der Kollege hier der Kollege hier und der Kollege hier so Meeting Room nein der wollte mich doch killen der Wolfi so Task erledigt und jetzt überleben so fix runter er geht auch hoch 7 7 7 so sehr schön ich geh mal rüber falls wir das überhaupt schaffen es ist ein langer Weg bis rüber die Tieren sind zum Glück nicht verschlossen sehr schön verdammt das würde ich nutzen ich geh wieder hier ins Dank ok der Task ist fast fertig die Mary es fehlt noch eine die Mary ist tot nein also entweder können wir jetzt versuchen zu warten dass die eine Task noch beendet wird ja wer hat denn noch einen Task offen ich bin fertig ich bin auch fertig ich bin durch fertig ich bin auch fertig kann sein dass Mary noch eine fehlt das sind die Impostas auch fertig Impostas sind auch fertig alles klar ähm ja ja also ich wollte eher erstmal den Killter nochmal zurücksetzen das hat sich aber ledig daher ein Kill gefallen ist ja sie war es ok Impostas ist jetzt geläftet oder was ja sehr toll nein sie ist sie ist genau sie hat einen Disconnect und hatte den letzten Task ja ok also durch Task sagen wir wir haben es durch Tasks geschafft sagen wir wir es haben wir haben es durch die Tasks geschafft also Wolf hatte ich wieder im Verdacht aber dich nicht ne ich war schon wieder dreimal im Rad ein Poster gewonnen ich hätte eigentlich gedacht ich will das nicht ich will das nicht ich bin Survivor aber mit den ersten beiden wird es gar nichts zu tun gehabt ne wäre er noch eine Task gewesen dann ich habe den ersten Kill mit Liz da habe ich den Clip gesucht auf 1 1 2